Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Nivea Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was ich hier drin verbiere, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. In dem Nivea Adventskalender, der 34,95 bei DM oder 34,99 bei Flaconi oder sonst irgendwo kostet, haben wir ganz viele Nivea Produkte drin. Und der ist super schwer, denn es ist halt ein Pflege Adventskalender. Er ist bedruckt von beiden Seiten. Da haben wir einmal hier die eine Hälfte, würde ich sagen. Aber auf der anderen Seite geht es weiter. Da, ja, ich hoffe, dass ich das jetzt so haben werde, dass auf der einen Seite zwölf sind und auf der anderen Seite auch, weil ansonsten muss ich so viel hin und her drehen. Irgendwann kriegt man da einen Drehwurm, Leute. Ja, der ist halt wirklich schwer, ne? Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber gut, was erwarte ich auch? Ganz ehrlich, ne? Es ist Nivea. Nivea hat damals super schöne, dekorative Kosmetik gehabt. Gibt's ja leider nicht mehr. Gibt's auch schon seit zehn Jahren nicht mehr. Aber ich hab von denen zum Beispiel damals die Mascara geliebt. Aber gut. Anderes Thema. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier erwarten werden. Ich hatte den letztes Jahr nämlich noch gar nicht. Ich find den übrigens wunderschön. Also den hätte ich super gerne vom Optischen her als Adventskalender die ganze Weihnachtszeit über bei uns stehen. Gut. Jetzt sorgen wir mal dafür, dass der ein bisschen leichter wird und öffnet Kläppchen Nummer eins. Und das haben wir hier unten. Wie krieg ich das denn auf? Oh, das ist aber groß. Ist das nur ein Guckloch? Ist das doppelt gesichert? Das find ich natürlich krass, ne? Da fällt das nicht raus. Find ich ganz cool. Okay. Wow. Hier hast du so ein richtig von innen, so ein Eierkarton. Ich mein gut, wenn du so einen schweren Kalender hast, dann brauchst du das wahrscheinlich auch, ne? Eine reichhaltige Bodymilk 48 Stunden intensive Feuchtigkeitspflege mit Tiefenpflegeserum mit natürlichem Mandelöl und Vitamin E für trockene Haut. Das find ich cool. 75ml sind hier enthalten. Und das ist so der Klassiker, würde ich sagen, ne? Von Nivea. Ja. Also was Bodymilk angeht. Oder Körpereincreme. Dann machen wir mal weiter mit der Nummer 2. Die ist auch wieder so groß. Und hier an der Seite. Ah, das ist schade. Ich hab den Kalender jetzt schon zerrissen. Hä, wie haben die sich das denn überlegt? Das ist, ich mein, irgendwo cool, aber irgendwie auch total umständlich, oder? Hier haben wir eine Handcreme drin. Und zwar Handcreme Intensive. Pflegt intensiv mit Mandelöl ist die auch wieder. Und da sind 100ml enthalten. Und soweit ich weiß, ist das auch tatsächlich eine Full Size. Also, das ist komplett, so kann man das halt auch kaufen, ne? Also, find ich cool. Echt. Da bekommt man richtig was für sein Geld. Und das finde ich persönlich bei Adventskalendern immer sehr, sehr gut. Gucken wir mal weiter, was bei der Nummer 3 so los ist. Ihr seht mehr als ich, ne? Ich seh das nicht in dem Winkel. Okay, hier haben wir eine Glasnagelfeile drin. Ich habe eine Glasnagelfeile und finde die richtig gut. Weil, das fühlt sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, wenn man sich da mit die Nägel feilt. Aber, ähm, es ist für die Nägel viel, viel angenehmer und viel, viel schonender. In der Brigitte-Box hatten wir, glaub ich, nämlich mal einer drin. Oder Barbara-Box war das. Ähm, die brechen da nicht so schnell ab. Gerade bei meinen brüchigen Nägeln ist das eine super Geschichte. Also, finde ich auch schön, dass so eine Nagelfeile hier drin ist. Wirklich. Also, Nagelfeilen an sich im Adventskalender sind ja immer so ein Streitthema. Ich persönlich finde eine Glasnagelfeile aber cool. So, Nummer 4 haben wir hier. Ich muss immer gucken, von welcher Seite man das aufmacht. Weil die Kläppchen, die siehst du echt schwer. Ich glaube, hier muss ich das eindrücken. Oh, das ist nicht leicht hier. Das ist nämlich ganz schön groß, dann das Türchen. Huch, das ist irgendwie merkwürdig gemacht, oder? Wie findet ihr das mit diesem Extra-Kläppchen im Kläppchen? So brechen die Kläppchen halt nicht auf. Das ist halt das Positive. Aber andererseits, da musst du halt, ne, ist egal. Finde ich merkwürdig. Okay, wir haben hier ein Micellenwasser für Gesicht, Augen und Lippen, für sensible Haut. Sowas kann ich immer richtig gut gebrauchen. Bei Micellenwasser immer wichtig, Leute, wenn ihr euch damit abschminkt, bitte nochmal mit Wasser nachgehen. Weil ansonsten ist es nicht gut für die Haut. Habe ich schon mehrfach gelesen und gehört. 100ml sind hier in diesem Ding enthalten. Kann man auch so kaufen. Erhöhte Sauerstoffaufnahme, auch das ist nett. Entfernt gründlich Make-up. Aber wie gesagt, bitte nochmal nachwaschen, weil hier sind irgendwelche Sachen drin, die, wenn die auf der Haut bleiben, nicht so gut sind. Oder man macht es so, dass man sich halt vor dem Duschen abschminkt. Dann geht ja sowieso nochmal Wasser drüber. Die Nummer 5 haben wir hier. Ich finde es klasse, dass wir das wirklich 12 auf der einen und 12 auf der anderen Seite haben. Dann kann man das nämlich richtig umdrehen und so, wenn es dann erledigt ist. Okay, was haben wir hier drin? Hallo? Ah, der ist ein bisschen reingesteckt. Auch das ist eine wichtige Geschichte. Auch im Winter, wobei man Adventskalenderprodukte meistens über das ganze Jahr verteilt aufbraucht. Mit Lichtschutzfaktor 30 haben wir hier eine Lippenpflege. Und ich finde Lippenpflegestifte so wichtig. Wusstet ihr, dass Labello und Nivea zusammengehören? Ich wusste das. Ha, habe ich letztes Jahr mal irgendwo gehört. Und Lichtschutzfaktor 30 ist auch gut. Mit natürlichen Ölen und Shea-Butter und es ist wasserfest. Und auch im Winter sollte man Lichtschutzfaktor tragen. Hallo? Meine Kamera ist mal wieder hier so ein bisschen dunkel unterwegs. Es tut mir leid. Ja, genau. Ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Produkt. Und ich finde es cool, dass es im Adventskalender drin ist. Und es ist sehr abwechslungsreich bislang, muss ich auch sagen. So, das war jetzt die Nummer 5. Jetzt kommen wir zu Nikolaus. Und da bin ich mal gespannt, ob Nivea auch ein Nikolaus-Fan ist. Oder ob denen das relativ helle ist, was an Nikolaus so passiert. Oh, die haben sich da was bei gedacht. Es ist ein großer Tiegel hier drin. Das ist eine Full Size Natural Balance Bio Aloe Vera Feuchtigkeitsspendende Tagespflege. Ja, 50ml. Wie gesagt, eine Full Size. Finde ich extrem gut. Finde ich echt klasse. Und ja, nett. Richtig, richtig gut. Tolles Produkt für Nikolaus. Aber ich glaube, Natural Balance war auch irgendwie eine neuere Reihe, oder? Täusche ich mich da. Ich weiß das nicht. Ich kenne mich mit Nivea nicht so mega aus, um ehrlich zu sein. Okay, gehen wir mal zu der Nummer 7. Die ist hier. Oh, das ist was Praktisches. Der kommt direkt bei uns unter die Dusche, Leute. Es ist ein Bimmstein. Bimmsteine kann man doch echt immer gut gebrauchen, oder? Immer. Immer, immer, immer. Das ist toll. Mein Handy. Finde ich wirklich praktisch. Weiter geht es mit der Nummer 8. Die haben wir hier oben. Ach, der Klassiker muss hier mit drin sein. Also wenn die hier nicht drin gewesen wäre, dann hätte ich mich aber auch beschwert. 30ml von der klassischen Nivea-Creme, die man halt einfach so kennt. Die kann sie für alles gebrauchen, ne? Wirklich. Die Nummer 9 ist hier. Und die ist echt schon wieder ganz schön groß. Also die Produkte, die hier drin sind, da kannst du dich auch nicht beschweren über Formate, finde ich. Also ich finde, das ist so alles ganz gut soweit. Und dann haben wir hier einfach nochmal eine Full Size mit drin. Das ist so cool. Dry Comfort Antitransparent. Das ist ein Deo-Roller. Kann man gut gebrauchen. Es, ne? Was soll ich anderes dazu sagen? Man kann es wirklich gut gebrauchen. Es ist jetzt nicht ultra krass weihnachtlich designt oder so, aber dafür ist der Kalender halt so weihnachtlich designt. Und dann haben die halt ihr ganz reguläres Sortiment in entweder Full Size, wenn es reinpasst, oder in einer kleineren Größe hier mit reingepackt. Ich feiere das gerade, wirklich. Das ist echt super. Ja, habe ich irgendwie echt nicht mit gerechnet. Das ist, äh, mir doch so gut gefällt. Gehen wir mal rüber in den zweistelligen Bereich zu der Nummer 10. Das sitzt hier gerade sehr fest drin. Strawberry and Milk. Eine Pflegeseife. Das finde ich auch cool. Das ist so ein schönes Seifenstück. Und ich verwende gerne tatsächlich in letzter Zeit auch Seifenstücke. Das ist einfach irgendwie auch nachhaltiger. Das riecht man so leider nicht raus, aber das ist halt echt mein Duft, ne? Erdbeere und Milch. Mag ich. Ich muss mal eben mein Handy auf lautlos stellen. So, kommen wir zur ersten Schnapszahl. Die Nummer 11. Guck mal, wenn man doll genug reindrückt, dann kriegst du auch beide Kläppchen auf einmal auf. Okay, was ist das? Good Morning Fresh Skin. Eine Gesichtsmaske, die erfrischend sein soll. Mit natürlichem Aloe Vera und Vitamin E für normale Haut und Mischhaut. Und das ist so ein Zweiersaché. Masken und Dichwissen. Und das finde ich cool. Eine guten Morgen frische Hautmaske, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die das im letzten Jahr vielleicht auch ziemlich ähnlich gepackt haben. Da kann ich wirklich nichts zu sagen, weil wie gesagt, den hatte ich nicht, den Adventskalender. Aber so wie er hier jetzt rüberkommt, gefällt er mir sehr gut. Und jetzt gucken wir uns mal die Halbzeit an. Denn auch die Halbzeit ist für mich eigentlich immer so eine wichtige Geschichte, wo man einfach auch so ein bisschen schaut, inwiefern sich die Adventskalender auch mit den ganzen Sachen so befassen. Und wie wichtig denen auch Halbzeit und sowas ist. Und hier haben wir drin, weiß ich noch nicht so genau, Designed with Care steht hier schon mal drauf. Das ist so ein Umschlag. Ach, schön. Das ist ein Abschminkpad. Das finde ich auch cool. Da kannst Du so mit Deiner Hand reingehen. Und dann ist das ein Mikrofaser oder was auch immer das für ein Material ist Abschminkpad. Brauchst Du kein zusätzliches Produkt oder Du machst Dir das einfach mit dem Micellenwasser zusammen. Dann kriegst Du da auch ganz harte Geschichten runter. Das finde ich cool. Mensch, da gehen die Adventskalender jetzt auch immer mehr mit der Zeit, dass sie dann auch so wiederverwendbare Abschminkpads und sowas verwenden. Das finde ich toll. Und eine Glasnagelpfeile, die ja eigentlich Ewigkeiten hält, ne? Mega. Dann gehen wir auf die nächste Seite. Die sieht doch schon sehr schön und jungfräulich noch aus, oder? Klasse. Nummer 13 haben wir hier. Ach, die haben ja schon wieder eine Fullsize-Größe. Krass. Beruhigende Nachtpflege, 24 Stunden Feuchtigkeit und Regeneration mit Traubenkernöl für sensible Haut. Und dann hast Du die Tagespflege, Du hast die Nachtpflege. Nachtpflege, 1A. Mensch, das finde ich super. Eine Fullsize ist ja einfach auch mit drin, ne? Ey. Hier haben wir die Nummer 14. Und ich glaube, dass die Reisegrößen, sage ich mal, die die hier mit reingepackt haben, tatsächlich auch so zu kaufen sind. Also, dass man die im Nivea Online-Shop, die haben ja auch einen eigenen Online-Shop und so, da so kaufen kann. Ja, das ist Füllmaterial, das ist obligatorisch, genau wie ein Nagelpfeiler, aber immerhin haben wir zwei Telefonkabel-Haargummis. Der Klassiker, ne? Ich persönlich trage die wirklich immer, immer, immer. Ich habe jetzt auch gerade hier einen Bummel, deswegen sieht man meine Haare auch nicht. Aber ich trage die halt. Das heißt, für mich ist das cool. Andere denken sich, hm, witzig hätte ich übrigens gefunden. Wenn die einen weißen und einen blauen genommen hätten, so die in Nivea-Farben oder einen durchsichtigen und einen blauen oder sowas, ne? Das hätte ich jetzt witzig gefunden. Aber nein, wir haben zwei durchsichtige. Hier haben wir die Nummer 15 und auch die ist wieder ganz schön groß. Schon wieder ein bisschen zu viel aufgerissen. Oh ja. Jetzt sind wir beim Shampoo. Ich liebe Nivea-Shampoo. Ich darf es nur nicht zu sehr lieben, dann werden meine Haare nämlich davon zu schnell nachfettend. Aber wenn ich so eine kleine Größe habe, perfekt. Für feines oder plattes Haar, Volumen und Kraft, ein mildes Shampoo mit Bambus-Extrakt. Das schreibt meinen Namen, das finde ich cool. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und das riecht auch so angenehm. Ich liebe den Duft von Nivea-Shampoos. Hier oben haben wir die Nummer 16. Oh, es ist schon wieder ein großer Tiege, Leute. Hammer! Ey, das ist echt Wahnsinn. Intensive Pflege, Care, zieht schnell ein. Creme für Gesicht und Körper. Das ist halt auch so eine Klassiker-Creme, ne? Nur die Soft-Creme oder so ist das dann. Oder die Care-Creme, weiß ich nicht. Ist aber auch so eine ganz klassische Creme von Lene. Geil. Und da sind auch einfach mal 50 Milliliter drin, ne? Das ist... Also von Produkt-Inhaltsgeschichten her werden wir hier echt nicht im Stich gelassen. Da wirst du lange, lange, lange deine Freude dran haben. 17 haben wir hier bei dem Schneemann. Der übrigens echt süß ist, ne? Oh, eine Pflegedusche. Und zwar ist das die Creme Soft mit Mandelöl und mildem Duft. 50 Milliliter sind hier enthalten. Ich kann tatsächlich super viel aus diesem Adventskalender für den Adventskalender nehmen, den ich für meine Oma packe. Denn meine Oma liebt Nivea-Creme. Klassisch, oder? Und deswegen verlose ich tatsächlich in diesem Video auch nichts. Weil ich hier ganz, ganz viele Produkte für Familie nehme, für Freunde nehme, für meine Oma nehme. Deswegen, ne? Tut mir leid, aber da geht meine Familie leider vor. Genau. Und das ist halt etwas, das steht auch, glaube ich, aktuell unter ihrer Dusche. Und ja, das finde ich einfach großartig. Ja, Mandelöl, milder Duft. Ach, das ist... Schön. Ja, so riecht das bei Oma im Badezimmer immer. Immer, immer, immer. Hier haben wir die Nummer 18. Boah, die ist aber groß. Okay, okay. Hallo, Füllmaterial. Guckt euch mal hier oben, mein Amorelli-Adventskalender-Unboxing an. Danach sieht man Duschpuffel mit einem ganz anderen Augenblick. Augen-Wing-Tür, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir hier ein Duschpuffel drin. Ähm, ja. Da machst du dir halt einfach ein paar Tropfen Duschgel rein. Und das schäumt halt richtig schön auf. Und gleichzeitig hast du noch ein ganz vorsichtiges, mechanisches Peeling mit dabei. Eben durch diese Struktur von diesem wirklich... Ja, das ist ja so, so plastikmäßig, ne? Dieser Duschpuffel immer halt, ne? So schäumt es halt auch auf. Und dann kann man das auch hinhängen zum Trocknen. Ist eine coole Geschichte. Aber wie gesagt, guckt euch das Unboxing von dem Adventskalender von Amorelli an. Die Nummer 19 haben wir hier. Bye-bye Dry Skin. Gesichtsmaske extra pflegend mit Honig-Extrakt und natürlich Mandelöl für trockene Haut. Auch das schreit meinen Namen. Ist das geil. Und das ist auch ein Zweier-Saché. Echt cool. Krass, wir sind schon im 20er-Bereich, Leute. Äh, die Nummer 20 ist hier. Was ist das? Ah, okay. Wir haben einen weiteren Labello hier drin. Und zwar den Hydro-Care. 24 Stunden Pflege und langanhaltende Feuchtigkeit. Jo. Kannste auch deinem Mann mitgeben. Übrigens, der ganze Kalender ist echt unisex, oder? Kann das wohl sein? Das ist ja ziemlich klassisch männlich oder weiblich. Das finde ich auch richtig gut. Und der Kalender an sich ist auch nicht männlich oder weiblich designt. Auch das finde ich richtig cool. Sehr, sehr nett. Die Nummer 21. Mittlerweile kann ich den Adventskalender so auch halten, ohne dass mein Arm gleich abbricht. Okay, ist die hier oben. Ach was. Wusstet ihr das? Ich wusste das nicht. Und zwar gibt es auch wohl Make-Up-Schwämmchen von Nivea. Ich meine, die haben ja auch eine Foundation, ne? Aber war das die das so? Ja. Ist auf jeden Fall akzeptabel, finde ich. Ich weiß schon ganz genau, wer das in den Adventskalender reinbekommt. Nämlich jemand, der einen Räuber zu Hause hat. Nein, ganz genau zwei Räuber, die genau wie Sammy gerne Make-Up-Schwämmchen zerstören. So. Die Nummer 22. Die letzte Schnapszahlen. Oh, ich will irgendwie echt nicht, dass es vorbei ist, ne? Weil sie sind echt gute Sachen drin. Das muss man wirklich sagen. Also, das sind sinnvolle Produkte und ja, wirklich gut. Hier haben wir einen sanften Augen-Make-Up-Entferner und das sind ganze 125 Milliliter. Das ist echt cool. Und das kannst du dir halt mit deinem wiederverwendbaren Viech, was du vor ein paar Tagen im Adventskalender hattest, zusammen auftragen, um dein Make-Up schön zu entfernen. Geil, oder? Das vorletzte Kläppchen befindet sich hier oben, die Nummer 23. Auch hier haben wir wieder ein Pöttchen drin. Das ist die Nivea Soft, die ich dachte, die Nivea Care. Die kannte ich vorher so gar nicht. Erfrischende Feuchtigkeitscreme. Das ist halt auch wieder so eine 50 Milliliter, so ein 50 Milliliter Pöttchen mit so einer Allzweckcreme. Kannst du für alles verwenden. Für Gesicht, für Hals, für Körper, für Hände, für Füße, für alles. Das ist auch so ein typisches Pöttchen, was bei meiner Oma auch immer steht. Finde ich großartig. Gesicht, Körper, Hände, ja. Ja, ich bin genauso gespannt wie ihr, was sich in der Nummer 24 verbergen wird, weil wir hatten jetzt ja auch schon Full-Size-Größen von allen möglichen Cremes und Produkten und so weiter. Die Nummer 24 ist auch relativ groß. Bin gespannt, was Nivea sich da überlegt hat für Heiligabend. Ach, du ahnst es nicht. Nein, im Ernst jetzt? Ich krieg's gar nicht raus. Die Öffnung ist zu klein dafür. So. Ich, also, Entschuldigung, aber das find ich geil. Body-Soufflé, Kirschblüte und Jojoba-Öl, zarter Kirschblütenduft mit wertvollen Ölperlen. Also, dazu sag ich, Baby kommt so, Mama, wie geil. Ich liebe Kirschblüte, das ist ungefähr der beste Duft, den es gibt, also mitunter. Ne, das ist ein neues Produkt, hier steht neu drauf. Hammer. Ah, richtig geil, ist halt noch verschlossen, klar. Schade, du riechst auch nichts draus, aber das werde ich mir gönnen. Das werde ich mir richtig hart gönnen. Dieses Produkt mit 200 Millilitern, was einfach eine Full-Size-Größe ist, in der 24. Geil! Was für ein geiler Adventskalender, oder? Ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Cool finde ich einfach das Design. Ich finde, dass du hier einfach annehmbare Größen drin hast. Es hat mir richtig Spaß gemacht, Leute. Ich finde, dass wir richtig gute Produkte hier drin haben. Und da werde ich sehr viele Leute sehr glücklich in Adventskalender mitmachen. Und ja, das war jetzt auch mein Unboxing. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!